und damit einen flauschigen guten tag wünsche euch und herzlich willkommen zur nächsten folge von among us auf meinem kanal die letzte runde auch komm schon was denn diese leute die finde ich einfach wenn die das nur aus trolling machen junge ok dunkelgrün und weiß und ok das macht eure aufgaben was denn das hier storage hier kommt 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 weiß 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 ah ist es weiß white he killed in front of me com at coms or at shields ja ok ist auch egal ihr schreibt sogar noch ja der imposter gesteht einfach seinen mord oh mann alter und da verlässt einfach das spiel also lost der hat doch gesehen dass da 5000 leute rum rennen wieso bringt denn der da mitten jemanden um also so dumm kann er nur ein imposter sein ein dummer imposter ok da sind wir mal wieder kumet und der erste ist schon ehrenlos so dann upload downloaden wir mal vor in einer runde wo ich ähm imposter war der eine typ ne der hat mich so aufgeregt ich habe mich in cafetaria hingestellt habe so getan als ob ich dort was downloaden würde und habe dann circa zehn sekunden dafür gebraucht ging in admin um es abzuladen und er hat gesagt ich bin gleich in admin gegangen und habe nichts gedownloadet ähm in admin bin ich da nicht gerade reingegangen okay weiß ich nicht ich war glaube ich gerade noch kurz im gang was ist mit blue ich weiß nicht mehr wer doch weiß war rechts weiß war rechts okay es sind trotzdem noch zu viele keine ahnung moment irgendjemand ist doch aus dem raum rausgegangen oh nein hätte ich das gewusst jetzt doch gemerkt oh man okay moment okay blau und schwarz decken sich vielleicht haben die mich kaum sehen ich weiß es nicht aber ich stand auch schon so halb in der tür ne oh man ich weiß also entweder bin ich gerade komplett lost oder da ist gerade jemand aus admin rausgegangen vielleicht warum sollte blau aus dem raum dann ausgehen oh man ich weiß es nicht so was habe ich navigation hä da war ich doch vorhin schon das in der mitte habe ich doch schon gemacht oder komisch okay pink ist hier ansonsten niemand dann gehe ich mal bis zu electrical vielleicht liegt da schon niemand gelb geht rein weiß war drinnen pink ist in cafeteria schwarzes in electrical gelb und grün verlassen den raum und nicht und schwarz zuletzt upper engine navigation ey das ist so viel gerade aber nicht okay blau kam von oben von upper engine so mein schwarz war doch gerade unten noch okay das heißt blau kann nicht sein okay ähm pinkelt in front of admin okay also blue ist obwohl ich glaube das ist eigentlich gerade egal sieht eigentlich richtig okay ich vertraue schwarz ich vertraue da mal old watch so pink lebt noch hä warum wurden die für pink jetzt hat der pink gesagt ich weiß gar nicht oh nein was ist wenn der pink gesagt hat oh nein ich bin oh nein na egal zum glück habe ich anonyme words angestellt oh gott das war wäre jetzt richtig sass gewesen aber jetzt denken die wenn es das pink ist war und nicht ich gut gerade noch mal zu den arsch gerettet okay schwarz kommt hier raus kommt sabotiert ist mir auch vollkommen egal weil ich bin ein hirn nie und deswegen weiß ich wo ich meine aufgaben zu machen habe wenn gleich jemand aus dem vent springt ne glück habt okay dann gehe ich mal zu communications okay schwarz wartet doch schon mal auf mich dunkelgrün einer ist in electrical wir waren doch gerade noch fünf oder täusche ich mich da nee wir waren doch gerade doch ey wir waren doch zu fünf moment mal okay 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 wer kann es nicht sein schwarz kann es nicht sein okay es ist green it's green ja er hatte recht we was to gessert tja sieht bisschen blöd für dich aus ne ich wäre jetzt nur in electrical gegangen weil sie sind eigentlich tote körper ich weiß nicht aber wenn jemand im vent von electrical ist dann sieht man das glaube ich auch auf dem admin table gut ja es ist cool von daher mal reden wir nicht so lange drum rum ich würde sagen du bist ziemlich nicht so gut zu sprechen würde ich gerade sagen fein you win okay dann worte bitte danke natürlich war es jetzt schwarz und komisch dass er nicht mich gewartet hat und sie es nicht noch auf mich geschoben hat oh was für eine überraschung mal wieder das war ja so überhaupt nicht denkbar so jetzt mal mit einer anderen truppe weil keiner mehr bock auf mich hatte so schnell downloaden wir den kram also bis jetzt habe ich ja eigentlich richtig gut rasiert hier als crewmate und ich wurde doch kein einziges mal umgebracht okay türkis und purple allein in café terrier orange orange steht ziemlich lange da muss ich sagen ich zeig dir mal orange wie das geht mist genau jetzt muss ich verkacken das war die aufregung leute okay ich habe ein scan das ist natürlich sehr gut nach komm schon gelb ist tot türkis haben wir glaube ich gerade noch gesehen oder warum verlassen denn jetzt die leute schon wieder communications okay da waren wir noch nicht aber wenn ich ja verdächtig kann ich einfach mit meinem scan flexen buchseffi getestet gern ein kind du auch so mit bs gern ein wort in admin pinken ab und ich hab's nicht mehr gesehen ich weiß es nicht also pink haben wir gerade eben noch nicht in admin gesehen vielleicht ist er dann nachgekommen äh warum habt ihr jetzt pink gewartet ich weiß es nicht komm wir können alle hier hingehen und dann mache ich mein scan ey den wollte ich machen okay blau save mach hin nein lass mich nicht allein ey was ist denn das für eine unverschämtheit okay okay warum steht denn also orange ist wirklich sehr verdächtig warum ist jetzt türkis äh für mich ist orange sehr fast also entweder hat er auch struggle mit der karte aber warum bleibt er denn dann hier dauernd bei dem ding da stehen wo wir schon fertig waren blue did scan blue did scan he is safe okay danke türkis für mich ist orange sass hä hä orange hat mich doch gar nicht gesehen wie ich gescannt hab ich glaube es ist sowas von orange nein okay okay ich glaube ich weiß wer ist ich glaube ich weiß wer ist ich glaube ich weiß wer ist meint ich verfolg mal orange oder ok jetzt steht er da am uploaden ok ok also beim nächsten meeting sah ich auf jeden fall orange ach komm schon ist doch jetzt nicht dein ernst wenn aber orange muss doch wenn orange nicht der zweite imposter ist der ist so verdächtig ok wer hat reportet weiß gut weiß ist denke ich mal sicher elektricke sehr jung ach man diese leute ne so los jeder fragt immer direkt wo warte doch einfach mal ab die leute schreien es doch ja orange und vor allem purple orange genau purple auch ne ihr habt es auf den punkt getroffen jo also wenn brown nicht imposter ist bitte bitte warte ein von den raus ich glaube orange fliegt raus orange war nicht was junge der typ hat sich so verdächtig wie ein imposter verhalten ok wenn euch das video gefallen hat lasst eine positive bewertung da ansonsten sehen wir uns bei einem neuen video haut rein und ciao leute bis zum nächsten video bis zum nächsten video bis zum nächsten video こん